Morshi Morshi Leute, ich bin Paira Zero 80 und ich hoffe man hat jetzt wirklich Zero, also Null verstanden und nicht Hero, was eigentlich ein Held bedeutet, oder einfach 080. Und wir spielen Super Star Wars. So, Empire Strike is back und ich weiß, dass da unten zwei nette Viecher sind, die sich Wampa nennen. Bei dem Film, okay, na, äh, toll, äh, ja, okay, oh toll, 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 die bespringen mich also auch noch? Geht's noch, Leute? Hier hat man auch keine Sekunde Ruhe, keine einzige. Oh Gott, Mann, so wie schön du soll Affen hast, so hasse ich Fledermäuse, ja, toll. Na, vielleicht wird hier wieder Gegner respawn, die ich dann abschießen kann. Äh, dieser Schuss, ist er so zielsuchend? Nee. Ja, super. Super, ich musste natürlich volle Pulle nach oben getrieben werden. Oh, gut. Impressive sagt er, es wird nicht impossible, ja. Äh, ich glaube, es heißt so viel wie unmöglich. Äh. Boss Time! Boss Time! Boss Time! Boss Time! Boss Time! Boss Time! Äh, ja, und ich... Äh. Äh. Ich muss aufpassen. Der friet mich ein. Irgendwie sieht er aus wie ein böser Taubenton. Äh, äh, ih. Oh, komm schon. Äh. Okay, ist... Manchmal gar nicht so einfach. Der ist ein bisschen unberechenbar, der Gute. Oh nö, komm schon. Ich hab's bald geschafft. Äh. Nee, schon wieder Schaden genommen. Mann! Und ich kann nicht sagen, der macht Schaden, der greift nur rum, weil... Sieht doch mal, wie groß das ist. Was ist das? Der Old Daddy der Wampas? Der Eisgott? Wieso nehme ich Schaden? Das wüsste ich jetzt mal gerne. Woher nehme ich jetzt Schaden? Eh, ja, klar doch. Klar. Ist ja klar. Und die blöde Fledermaus wichst mich auch wieder ins Knie. Wozu mir eigentlich... Wozu eigentlich ein Halsschwerk gut sein soll, weiß ich eigentlich nicht. Wenn ich nur wüsste, wo der mir Schaden macht. Auf jeden Fall... Darf er mich nicht mit seinen Atem erwischen, weil... Ich glaube, ich soll einfach hier unten lang gehen. Ja. Oh, das war gut. Das war knapp. Das war knapp. Ich muss... Ah, ich verstehe. Aus irgendeinem Grund nehme ich Schaden, wenn ich... Wenn ich... Okay, das war Doofheit. Luke kann nun mal nicht schneller laufen. Ach komm. Ja, das passiert, Leute. Jetzt lacht er sich kaputt. Macht Schaden. Also das Hin- und Herspringen nutzt eigentlich auch gar nichts, merke ich. Ich sehe es kaum. Ich darf das Safestead wieder laden, Leute. Ja, toll. Was bringt mich da... Ach ja, Fledermaus umbringen. Juhu. Ich bin kurz vor... Ich hasse Fledermäuse. Entschuldigt, Leute, aber ich hasse diese Viecher. Ich meine, Wurzeln sind ja eigentlich gut. Die... Die... Die nerven nur rum. Und wieso habe ich jetzt Schaden genommen? Nur weil mich irgendwie so ein kleiner, wichsender Aal mich angewichst hat? Aha, Blaster Power. Ja, ja, toll. Ist das alles, was ich kriege? Nur Blaster Power? Blast Off? Oder Blowjob? Ich kann das gleich wieder vergessen, Leute. Naja. Und ich kann auch mich nicht in Ruhe umsehen. Oh, kommt! Ich muss mich auch entschuldigen, wenn ich komisch atme. Aber ich habe festgestellt, dass ich... Wenn ich total... Ja, duperle... Ja, okay. Super, Luke. Gute Idee, auf Stachelnstein zu bleiben. Immer super duper und so. Das ist mir so aufgefallen, dass... Ja. Äh... Dolphin tot. Ich hasse diese Viecher. Oh, ich habe noch ein Leben. Super. Aber den Blaster hole ich mir jetzt nicht. Ernsthaft, Leute. Äh... Ich kann eigentlich gleich wieder einpacken. Ja, ich kann eigentlich gleich wieder einpacken, weil ich habe nichts. Vor allem, wie trifft der Kerl mich? Oh, ich habe noch ein bisschen... Ja, toll. Wieso kann Luke nicht... Luke, beeil dich doch! Okay, jetzt hat er mich erwischt. Vielleicht soll ich einfach riskieren, mal eingefroren zu werden. Zu sagen, weil er greift ja, okay, er kann mich schon greifen. Ja, da ist Luke nicht richtig gesprungen. Ja, du hast einen starken Mundgeruch. Oh ja, toll, er hat mich schon wieder erwischt, er hat mich schon wieder erwischt. Ach nee, gut, ich verstehe das nicht, wo nimmt der Cam Schaden? Ja, ja, ist okay. Okay.